Meine Damen und Herren, ich melde mich direkt aus der Peripherie und aus dem Mittelpunkt gleichzeitig des elementaren Geschenks. Denn hier im Olympischen Stadion, wo bald die Helden ringen werden um die Medaillen des Goldes, des Silbers und des Bronzes, da melde ich mich aus der Vorbereitungsphase des großen Frühjahrneuspringens in Garmisch-Badenkirchen. Die Siegesgötter stehen bereit zur Ehre des längsten Sprunges. Und hier durch dieses Tor reitet dann ein Heerus Paulus mit goldener Krone. Denn der längste Spruch gelingt dem Athleten, dem Gott des höchsten Springens. Wer ist dann das? Ares wohl, o Jupiter, o Zeus-Liebe selber, um sicher zu gehen, diesem Gottes, diesem Gottes widme ich nur meine Ansprache. Und deswegen werde ich ja den längsten Sprung anschaffen. Denn herab schaut auf mich aus den Höhen des Olympos die Gottheit. Und wenn es ihr dann gefällt, wie ich ihr Lobgesänge hier komponiere, konstituiere, modern gesagt, dann schaut sie auf mich mit Wohlfollern und erleiht mir dann übermenschliche Kraft und Flügel, die mich tragen werden beim Sprung, Paderlamm. Auch hier stehen die Heerbäude. Die Helden der nördlichen und nördlichsten Tüle, über denen so mancher Sprung geflogen ist. Und schauen mit dem eisernen, eisigen Blicke die Helden an, als solche sich da zum Wettkampf vorbereiten. Und schon bläst er ab in Poseidons und bringt das, spendet das Furcht, fruchtbare also und sogleich sich eisig fruchtbaren aus, in welchen dann die Spiele stattfinden werden. Und unerschrocken, zeigen die Helden hoch auf die eisigen Gipfel, denn nur Sorge, wenn sie die Ehre posten und die Verwunderung, wie in deinem Fliegeleib, in dem siegesreichen Sprung. Und das seine Hände, die Schöpfleib, in dem siegischen Zeitung. Und das ist was wir, das ist das Gipfel. ich denke schon dass in diesem jahr 200 jahre gesprungen hier ja ich habe ja trainiert am nergaro falls dieses jahr habe ich übersprungen und denen wird das was geben also da sollen die bitteschön ein bisschen weiter die landebahn ausbauen wenn ich das so einschätze ich lande da irgendwo ja wo heute der parkplatz ist ja 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 Und der größte Götter auf der größten Sprung Om garumalhar koran erbas tamaguradamaita manadet altavet kamfaum daggras taraspranga To all my bones, to all my muscles, sinews, and ligaments, do not forget ligaments And the fascial system, please, bring the energy of the gods and goddesses I'm free, I'm free And I'm waiting for you to follow me I'm free 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 P 넘긴 I'm free P O R P E P A B Untertitelung des ZDF, 2020